Wir haben gesehen, wie es zu den problematischen Vorfällen in Kassel gekommen war und dass in der deutschen Christenheit ein Ruf laut geworden ist, dazu eine Stellungnahme zu geben und ein klärendes Wort dazu zu geben. Auf der einen Seite breitete sich diese neue Bewegung immer mehr aus, vor allen Dingen in den Gemeinschaftsbewegungen. Auf der anderen Seite gab es Gegner, die jetzt auch anfingen, sich zu formieren. Und der eigentliche entscheidende Impuls der Gegnerschaft ging allem Anschein nach von dem preußischen Evangelisten und ehemaligen General Friedrich Karl Hermann Georg von Fiebern aus. Fiebern war 68 Jahre alt und war Mitglied der offenen Brüder. Er war Teilnehmer am dänischen Feldzug 1864 gewesen und am französischen Krieg 1870-71. Er war von seinem Wesen her zutiefst deutschnational geprägt. Und wir müssen uns ein wenig in diese Zeit zurückversetzen. Wir müssen verstehen, was es bedeutet, ein preußischer General zu werden bzw. zu sein. Dazu musste man absolut systemkonform sein. Das System war aber aus christlicher Sicht betrachtet sehr problematisch. Das Zweite Deutsche Reich war ein totalitäres, im Grunde genommen von einem größenwahnsinnigen Psychopathen geführtes Regime. Kaiser Wilhelm II. Militärischer Prunk. Grenzenlose Überbetonung des Militärs. Aufrüstung, politische Arroganz, Unterdrückung politischer Gegner usw. prägt den Alltag. Es war ein zutiefst imperialistisches und in manchen Bereichen wirklich widergöttliches System. Das Deutsche Reich hatte ohne Notwendigkeit sehr spät damit begonnen, sich Kolonien anzueignen. Dort wurden Menschen brutal unterjocht und ausgebeutet. Und in diesem Zusammenhang ist interessant, dass es zu einem vollkommen unmenschlichen Verhalten gegenüber Schwarzen kam in Namibia. Dort gab es unter den Herero einen regelrechten Völkermord, der durch deutsche Kolonialtruppen ausgelöst wurde. Man sah sich als Herrenmenschen, gerade gegenüber Schwarzen. Man war Weltmacht. Und man war in vielen Gebieten tatsächlich führend. Das führte zu einer unglaublichen politischen Blasiertheit und Arroganz und unverhohlenen Machtgehabe. Und bis zum heutigen Tag ist die Pickelhaube Symbol für preußischen Kadavergehorsam. Nun kam diese aufbrechende Pfingstbewegung nicht aus einer theologisch korrekten, lutherisch geprägten deutschen Institution, sondern sie kam vom anderen Ende der Welt. Sie kam aus einer Demokratie, aus den als etwas unterentwickelt angesehenen USA, Stichpunkt Wilder Westen. Und sie kam aus den untersten gesellschaftlichen Schichten. Der Leiter war ein Schwarzer, ein Einäugiger. Er war Sohn von Sklaven. Das sollte von Gott sein? Schwarze waren doch Leute, die man missioniert. Schwarze waren Leute, die man aber nicht als geistliche Leiter akzeptieren kann. Dieser Aufbruch erschien so absurd. Er war völlig gegen das Denken der Menschen im damaligen Deutschen Reich. Er war absolut undeutsch. Und das war das eigentliche Hauptargument gegen diesen geistlichen Aufbruch. Er war undeutsch. Walter Michaelis, Pfarrer aus Bielefeld, war amtierender Vorsitzender des Gnallauer Verbandes. Und er berichtet in seiner Autobiografie, Erkenntnisse und Erfahrungen, dass General von Feebahn ihn auf einer Familienfeier besucht habe. Und während dieser Familienfeier ging man spazieren und der Ex-General fragte ihn, können wir eigentlich länger zusehen, wie Brüder in immer weiterem Umfange in die Zungenbewegung sich hineinziehen lassen. Walter Michaelis entstammt einer Juristenfamilie, die ebenfalls sehr fest in dieses preußische Gefüge eingebettet war, in das Beamtentum. Er war politisch sehr problematisch, Einzelstufen, nationalkonservativ, sehr monarchistisch gesinnt. Für ihn war Zusammenhörigkeit von Volk und Nation und Christentum eins. Sein Verhalten, auch in der Judenfrage, seine Stellungnahmen, waren schwierig. Er kandidierte im Jahr 1919 in Bielefeld für die DNVP. Das war eine republikfeindliche Partei. Und im Jahre 1928, nur fünf Jahre vor der Machtergreifung der Nazis, sprach er, er war damals erneut Vorsitzender des Gnadauer Verbandes, in den Gnadauer Gemeinschaftswettern sogar eine Wahlempfehlung für die DNVP aus. Wer war die DNVP? Die deutschnationale Volkspartei war eine rechtskonservative Partei, die Nationalismus, Antisemitismus und monarchischen Konservatismus beinhaltete. Die Partei kooperierte ab 1930 mit der NSDAP und ging 1933 geschlossen in ihr auf. Diese Partei war einer der Steigbügel Hitlers. Später, nach der Reichskristallnacht, hat sich Michaelis dann von seinen Stellungnahmen und seinen Positionen verabschiedet und seine Aussagen auch teilweise widerrufen. Dass er aus einer interessanten Familie kam, zeigt auch der Werdegang seines Bruders. Sein Bruder, Georg Michaelis, wurde im Ersten Weltkrieg, zum Ende des Ersten Weltkriegs, im Oktober 1917, preußischer Ministerpräsident und Reichskanzler. Der erste nichtadlige Reichskanzler. Leider war er es, der eine Friedensinitiative zur Beendigung des Ersten Weltkrieges, die von den Parteien des Reichstages ausging, letztlich abgewürgt hatte. Und im Jahre 1926 musste er sich für dieses Verhalten dann auch vor einem Untersuchungsausschuss des Reichstages rechtfertigen. Und dort heißt es in der Anklage gegen ihn, also gegen Georg Michaelis, dass er die Friedensinitiative, die sie zu einem vorzeitigen Ende des Ersten Weltkriegs hätte führen können, verhindert hat. Es heißt dort, dieser kleine Mann, damit ist gemeint, er ist kein Adliger, sondern ein Bürgerlicher, dieser kleine Mann hätte vielleicht der Welt ein Jahr Krieg erspart, Millionen Menschenleben retten, dem deutschen Volk einen Frieden des Ausgleiches und der Verständigung bescheren können. Er hat es nicht getan. Er hat den Weg, der zu diesem Glücksziel hätte führen können, schon in seinem Anfang durchkreuzt. General von Fiebern und Walter Michaelis vereinbarten ein Treffen mit dem 70-jährigen Evangelisten Johannes Seitz und dem amtierenden Sekretär des Knauer Verbandes, Leopold Wittekind aus Wernigerode. Und diese vier trafen sich und sie kamen zum Entschluss, man müsse eine größere Versammlung der Gegner der Pfingstbewegung einberufen. Und tatsächlich kam es dazu, dass Gegner eingeladen wurden zu einer Veranstaltung in Berlin. Am 15. September 1909 erschienen zu dieser Konferenz im St. Michaels Hospiz in Berlin tatsächlich 60 Männer. Es folgten 19 Stunden heißer Verhandlungen und ein kleiner Ausschuss hat eine schriftliche Erklärung verfasst über die persönliche Meinung der Anwesenden in dieser, in ihren Augen, bedenklichen Entwicklung. Nach einigen Abänderungen und etwas hin und her wurde schließlich das Ergebnis der Beratung als sogenannte Berliner Erklärung vorgelegt. 56 der anwesenden 60 Männer unterzeichneten diese. Vier verweigerten ihre Unterschrift, darunter Fürst Pückler. Die Unterzeichner waren beispielsweise der Gründer des Deutschen EC, Friedrich Blecher, CVJM-Präses Eberhard von Rotkirch, der war vom Beruf Forstmeister, und der Evangelist Elias Schrenk, der als Augenzeuge damals in Kassel dabei gewesen ist. Der 45-jährige Bernhard Kühn, Sekretär der Evangelischen Allianz, und Leopold Wittekind, Sekretär des zu diesem Zeitpunkt selbst erst zwölf Jahre alten Gnalauer Verbandes, galten als die federführenden Brüder, also als diejenige, die den Text verfasst hatten. Den Unterzeichnern war klar, dass es sich um eine private Meinungserklärung keinesfalls um ein offizielles Papier der Allianz oder des Gnalauer Verbandes handeln würde. Und bei den 56 Männern handelte es sich keinesfalls um geistliche Leiter, die von ihren Werken oder Denominationen ausgesandt worden waren, sondern es waren mehrere Gutsbesitzer, ein General, Kaufmann, Wiesenbaumeister und so weiter gekommen. Die meisten der Anwesenden waren Pastoren. Und sie waren nicht in offizieller Position erschienen. Alle diese 56 Männer gehörten in den Bereich der Evangelischen Allianz. Nur 31 von ihnen, also gut 50 Prozent, gehörten zum Gnalauer Verband. Die anderen Unterzeichner waren fünf Baptisten, vier offene Brüder, vier Mitglieder der freien evangelischen Gemeinden und drei Methodisten bzw. Mitglieder der evangelischen Gemeinschaft. Man sagt, dass anfänglich Michaelis nicht unterschreiben wollte, damit nicht der Eindruck erscheint, es wäre ein offizielles Papier. Er ist aber bei diesen 56 schon mit aufgeführt. Die Unterzeichner handelten, wie der Gnalauer Verband über die Jahre bis heute immer wieder betont, ohne offizielles Mandat ihrer Kirchen und Gruppen, sondern aus privater, seelsorgerlicher Verantwortung heraus. Der Gnalauer Präses Christoph Morgner schreibt im Jahr 1992, die Berliner Erklärung stellt keineswegs so etwas wie eine Bekenntnisschrift der Gemeinschaftsbewegung dar, wie oftmals gedacht wird. Und später, 56 Brüder haben sich damals zwar ohne offizielles Mandat ihrer Kirchen und Gruppen, wohl aber aus seelsorgerlicher Verantwortung heraus, der Aufgabe unterzogen, in schwieriger Zeit, wo geistlich viel auf dem Spiel stand, ein klärendes Wort zu sprechen. Dieses Wort schaffte damals die erforderliche Klarheit, wenngleich sich dabei Trennungen ergaben bzw. schweren Herzens vorgenommen werden mussten. Es war der Versuch, mit dem irritierenden Phänomen der aufbrechenden Pfingstbewegung geistlich wie theologisch umzugehen. Wir müssen also festhalten, 56 Christen, die keinen repräsentativen Querschnitt über den Leib Jesu oder die geistliche Leiterschaft darstellten, unterzeichnen auf einer privaten Veranstaltung eine private Erklärung, die auf einen Vorfall in den eigenen Reihen basiert, der über zwei Jahre zurückliegt. Den ungekürzten Originaltext der Berliner Erklärung kann man auf unserer Homepage nachlesen, sowie einige weitere damit verbundene Dokumente.